Verkehrsminister Peter Ramsauer fordert ein Überholverbot für LKWs. Wie finden Sie das? Ich finde es besser, weil es passieren viele Unfälle dadurch, wenn die LKWs überholen möchten, weil die eben größer sind wie Autos. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Wenn einer hinter einem lahmen Arsch hinterhertuckeln muss, dann muss er auch mal eine Gelegenheit kriegen zum Überholen. Das wird wahrscheinlich nicht umsetzbar sein, aber es wird eigentlich abgeschafft, weil du fährst manchmal wirklich eine halbe Stunde hinter fünf LKWs, die überholen, hinterhergehen. Das finde ich sehr gut, das hätte schon längst mal erfolgen sollen, denn diese LKWs, die brauchen nicht zu überholen, die sollen mal auf der rechten Spur fahren. Ganz vernünftig, besser wäre natürlich eine dritte Spur. Es wäre manchmal ganz gut, wenn ein Überholverbot auf mehrere Stricke gäbe würde. Also der Sicherheit der anderen Fahrer würde es wahrscheinlich dienen.